Moin Moin Metalheads! Hier in Bremerhaven startet heute die siebte Full Metal Cruise und das besondere in diesem Jahr. Zum ersten Mal findet sie auf einem der TUI Cruises Neubauten statt. Das bedeutet im Vergleich zu den letzten Jahren, das Schiff ist 17 Jahre jünger, 30 Meter länger und bietet Platz für 594 weitere Metalheads. Und das Wichtigste, es gibt drei zusätzliche Bars. Die Vorbereitungen sind schon im vollen Gange. Der Crew bleiben nur wenige Stunden, um alles vorzubereiten. Und wir schauen jetzt mal, was schon alles passiert ist. So, die Check-in-Schalter wurden gerade geöffnet und jetzt dauert es nicht mehr lang und dann geht es aufs Schiff und die Crews kann starten. Wie würdet ihr denn jetzt eine Anmoderation machen, dass es losgeht? Und wie war's? Ja, wir haben mit Lauf! Person, das ging gerade los. Es hieß einfach Mööö, Mööö, Mööö lavoro oder? Reicht aus! Out on the wind we're living a dream we're breaking the boundaries of what we believe a call for the wild a journey of dreams we're the Kings of the World for the Wild Wow!